Ich bin Hamid, ich komme aus Syrien, ich bin 20 Jahre alt, ich bin fast zwei Jahre hier in Deutschland. Ich mache jetzt eine Berufsschule, Bildung für Automechanik. Ich wünsche für alle Leute, so diese Welt, Leben einfach Glück, ich wünsche für alle Glück, wenn das reicht. Ich wünsche dieses Jahr im Syrien Krieg endet, fertig sein. Für mich selbst, ich wünsche für meine Eltern, für meine Mutter gesund sein und Glück. Glückwunsch. Das ist alles.